94.3 S2 Warum wir verloren haben? Ich denke, weil wir in der ersten Halbzeit nicht gut genug gespielt haben. Nein! Doch! Wir haben verloren, weil einfach das Wetter schlecht war. Schlecht gespielt, langsam, keine Pässe. Normalerweise waren wir eigentlich das bessere Team, aber diesmal hat es nicht geklappt. Insgesamt haben wir nicht den Druck entwickeln können, den wir im gesamten Turnier entwickelt haben. Und ich denke, wir haben völlig verdient verloren. Aber was ich sagen muss, ist auch, dass der Schießrichter schon schlecht gefiffen hat. Na alles, was man falsch machen kann. Ich würde mal sagen, wenn man was richtig gemacht hat, hätten wir gewonnen. Aber wir haben ja nichts richtig gemacht, also haben wir scheiße gespielt. Keine 2-Pässe, die Flanken kamen nicht, es war einfach schlecht. Jetzt wird trotzdem gefeiert. Hallo? Das ist doch so eine Frage. Zweiter Platz von 60 Mannschaften. Nein, wir sind Zweiter geworden. Sieger der Herzen. Ja, Deutschland. Wir kommen 2010 wieder. 2010 Weltmeister. Wir kommen jedes Jahr wieder, wenn jedes Jahr eine EM wäre. Nein, ehrlich. Aber in zwei Jahren, wenn die Deutschen in Afrika spielen, sind wir ja da. Ja, Deutschland, wir kommen jetzt zurück! Genau! EST제를 gemacht! Woos! 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 Woos!